Willkommen in Almadeen. Eine der Städte zusammen mit der schlowenischen Stadt Ytria wurde Welterbe durch die UNESCO-Konvention am 30. Juni 2012 erklärt. Beide Orte sind Zeugnis von Grubenbau und von interkontinentales Handel mit Quark-Silver. So wurden wichtigen technologischen Austausch und während Jahrhunderte auch kulturell zwischen Europa und Amerika. Wir stellen Ihnen einen Ausflug durch verschiedene touristische Interesspunkte und auch von Irwe der Stadt, damit Sie unsere Gesichter erfahren können. In der Anwendung, die Sie in Ihren Händen haben, können Sie eine Karte sehen, in der die verschiedenen Interesspunkte gezeichnet sind. Ebenfalls, es gibt einen roten Vorschlag von Ihrem aktuellen Standort zu Ihnen. Gerade befinden Sie sich außen von dem Generes Bergbaupark. Von dort können Sie Zugang zum Park und in kurzer Entfernung zur Vogue Retamar, zur Puerta Carlos Quarto, der Azoge Route, dem San Miguel Brunnen und der Minen Academie. Der Rest der Route für sich durch Almadin. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Besuch und Aufenthalt.